So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Geheimaufgabe. Ich weiß, hier war ich eben schon mal, falls der ein oder andere bei meinem anderen Video war. Aber es geht um die sogenannten Lagerfeuer. Ich gebe euch nur einen Tipp. Gewöhnt euch direkt an, jedes Lagerfeuer, was ihr seht, anzuzünden. Das Problem hatte ich schon in der letzten Season. Da habe ich nämlich nicht jedes Lagerfeuer angemacht. Und am Ende hat mir genau die Aufgabe nämlich noch getätet. Und dann wird es irgendwann nervig, wenn du immer nur 3-4 Lagerfeuer anmachst. Also, ihr wisst ja, hier sind die geheimen Missionen teilweise versteckt, aber auch teilweise ersichtlich. Und dann einfach das Lagerfeuer immer wieder anmachen. Jedes Lagerfeuer, was ihr seht, ich weiß, ihr verbraucht auch Holz. Aber natürlich einfach nur einmal anmachen reicht. Und so könnt ihr ganz easy wieder XP farmen. Einmal habe ich es jetzt schon erfüllt. Ich glaube, ich musste 10 Mal das Lagerfeuer aktivieren. Also in dem Sinne könnt ihr halt ganz easy Erfahrungen sammeln. Und dann würde ich sagen, danke erstmal fürs Zuschauen. Wenn ihr den Kanal supporten wollt, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Wenn du wie generell die Aufgaben von mir sehen möchtest. Oder auch weitere geheime Missionen. Und in dem Sinne, dir viel Spaß noch beim Leveln. Und haut rein.